Das Ronda zeigt Dr. Eggman vor uns. Hier könnten Feinde lauern. Also passt auf! Ich fürchte, Dr. Eggman führt noch was im Schilde. Das ist furchtbar. Sie haben hier alles zerstört. Wir müssen Dr. Eggman aufhalten und diesen Krieg schnell beenden. Sei vorsichtig, Sonic. Ich sehe hier noch andere Signale, außer Dr. Eggman. Eins ist stärker als die anderen. Was könnte das sein? Ich persönlich. Ah, was könnte das? Ich bin in unserem Schilder. So, werde ich mir runterdreven. Ich bin in meinem Schilder. Ich bin in dem Schilder. Die Joshin und die Joshin mitmachen können. Bis zum nächsten Mal.